Digitalisierung, Social Media, künstliche Intelligenz, Datenschutz jetzt an das digitale Zeitalter angepasst werden sollte und fit gemacht werden sollte. Man muss es tun, also man kann ja leider nicht aus. Positiv sehen im Sinne von, okay, wir nehmen Datenschutz als Qualitätskriterium. Erfahren Sie, was sich mit 25. Mai 2018 ändern wird und wie Sie Ihr Unternehmen darauf vorbereiten können.